Quarzsand ist der Hauptbestandteil von Mikrochips, denn der besteht hauptsächlich aus Silizium. Das wird dem Sand entzogen, eingeschmolzen und in dünne Platten geschnitten, etwa so groß wie Schallplatten. Vor der Produktion werden zunächst am Computer Schallpläne designt. In Reihenräumen werden diese Pläne auf die Platten übertragen. Räume, die hunderttausendmal sauberer sind als ein OP-Saal. Wichtig dafür, Silizium kann Strom sowohl leiten als auch nicht, ein Halbleiter. Diese Schallpläne der Chips werden mit Licht auf die Platten projiziert. Fast wie bei einem Dia. In hunderten chemischen und physikalischen Prozessen entstehen pro Platte auf bis zu 100 Chips Milliarden an Schaltkreisen. Sieht aus wie eine Waffel, daher der Name der Platten Wafer. Verbaut sind die Chips in Laptops, Handys, Autos. Ohne sie sähe unser Leben heute anders aus. Imatiko Mage gonna muted. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Nachden. Halble ли es schonื내 einem Gerät. Ihr schweizer Ass 향ionsstil усл beach mit einem Laptops für acostele wieder aufgie. Aber wenn wir jetzt eben can, gibt es bare Holyirol, dann machen wir die H百 Penn- slight Gas geben und blusreeced. Sähe premier das vor allem gehört. Así merkwürdig ist das. Untertitelung des ZDF, 2020